hallo und herzlich willkommen zurück hier in minecraft so ich habe schon einiges vorbereitet wir werden noch einmal schlafen gehen also ich habe gefarmt vorbereitet in anführungsstrichen natürlich nur so wir gehen zu unserem neuen haus so ich habe ja auch schon aufgestellt unsere publikationskammer die das jetzt dreifach verdoppeln wird das heißt wir müssen jetzt 93 haben von osmium herz es wäre wunderbar z machst du das jetzt klein strom hat das ding doch warum funktioniert das nicht wie funktioniert diese produktionskammer denn ich muss eine maschine die gerze zu drei klumpen zu verarbeiten nichts gastank wird benötigt oder feuersteine wir brauchen feuersteine dafür oder gas tanks hier habe ich aber gar keine gut dann gucken wir uns noch mal ladepad logotierer laser maschine was ist das also das ist das da oben schon aber wir brauchen noch irgendwie so ein gas ding zerstörer gas tank nade pet roboter gas verbrennende generator bio generator vizgenerator vizgenerator das sind ja die generatoren chemischer oxidierer wir brauchen noch einen maschine weg feststoffe in eine gatte und das her gas tank es ist ja die das ist ja die sind anreicherungskammer das heißt dass wir brauchen wir das hier brauchen wir druck relationskammer aha okay heißen staub brauchen wir und aus dem griemen gastank mit zwei stück das guter werden wir das machen das funktioniert ja so noch nicht wir werden also erst mal doch noch mal zurück in unser altes haus gehen und hier die herzen noch mal verdoppeln habe ich gar nicht mitgebracht ja schon mal hier diese wieder zurück aus mir um natürlich wieder mitnehmen wer hätte das gedacht dass man dafür noch gas tanker brauchen weil das nicht so einfach nehmen wir noch mal die hälfte mit sollte ja so altes haus wie viel durch sind soll wenn man sitzt noch mal vorbereiten wir wollten den hier bauen das heißt wir brauchen auf jeden fall schon mal stahl bahn oder verdichtetes eisen wieder wir wollen auch noch staub kohle kohle so gut große kohle haben wir hier sogar noch ein bisschen was das ist wunderschön dann können wir hier mal ein bisschen weiter machen wollen wir nämlich noch mal außenminium bahnen kohle so Ausdruck reicht mir jetzt erst mal. Ich brauche Eisen für einen Eimer. So, da haben wir doch schon mal den demagischen Tank. Da haben wir auch noch Gas-Tank. Da brauchen wir mehr Osmium und natürlich Eisen-Staub gleich auch nochmal. Davon haben wir auch noch einen und dann brauchen wir diese Dinger noch. Da brauchen wir auch die Osmium und dann müssen wir wieder zurück. Also ich brauche vor allem doch nochmal mehr Osmium jetzt. Die Kohle brauchen natürlich auch. Die Kohle nochmal durchlaufen. Ich nehme hier auch nochmal Eisen-Staub. Werden wir jetzt hier auch gleich noch benötigen. So, Kohle brauchen wir auch schon mal. Jetzt natürlich keine Kohle. Staub. Äh einen Staub noch. So, da haben wir zwei. Weil wir brauchen ja noch diese Gas-Tank und dafür brauchen wir auch Osmium. Einen können wir immerhin schon mal bauen. Kann man auch nochmal in der Zeit verdoppeln. Da haben wir auch zwei. Das heißt wir brauchen auf jeden Fall mehr Osmium jetzt wieder. So, das reicht auch für den zweiten Tank. Manchmal zwei Tank. Manchmal zwei Tank. Hier haben wir aber auch noch eine Stahlhülle. Eine Stahlhülle. Eine Stahlhülle wir brauchen hier. Dafür brauchen wir auch noch Osmium und wieder veredeltes Eisen. Das heißt wir brauchen auf jeden Fall noch ein veredeltes Eisen. Osmium. Veredelte Eisen, Osmium, Stahlhülle. Jetzt brauchten wir zwei Eisen hier noch. Auch noch so welche Teile. Das heißt wir brauchen mehr Osmium. Das sollte erstmal wieder reichen. Wir gehen noch einmal zum neuen Haus. Und stellen uns hier vier von diesen Dingern her. Das ist bewegt. Nein, das war es nicht. Genau. Also vier von den sollten reichen. Dann habe ich das jetzt gleich. Einen davon noch. Einfach mal sechs von hier eben. Also ein Brauchten wären nur. Ja, wir brauchen noch einen. Einen mit. So gehen wir in unser anderes Haus. Haben jetzt das. Dann die Gastanks. Das muss aber unten rein. Das. Zwei hier oben. Ne, unten. Und das hier hinten. Und jetzt haben wir immerhin eine Druckreaktionskammer. So. Und die Druckreaktionskammer schließen wir dann jetzt nochmal in unserem neuen Haus an. Nehmen aber auch noch ein Eisenstock mit. Nehmen aber auch noch ein Eisenstock mit. So. Neues Haus. Neues Haus. Einen Webseherschirm murmeln. So. Hier muss man irgendetwas reinfüllen was auch man hier momentan. Allächanz raining. Drück Reaktion, warte, ich lauze nochmal ab, machen wir mal U, na steht natürlich nix, und er, kombiniere, aha, naja gut, und zu auch immer. Ja gut, jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert das Ding, eine Woche schon mal stellen, die eine feste, flüssige, so wie Gartenkastur verarbeitet und so, und er hat dann also auch beste Produkte erstellt, aber wie das jetzt genau funktioniert, steht da natürlich nicht. Das muss ich mir dann nochmal angucken. Ich denke, leer, Kastur, Sport, Leid, Konfiguration, aktivieren, upgraden, keine Auswahl, man kann sogar wieder upgraden die ganzen Dinge, aber das weiß ich nicht. Ich werde mir jetzt angucken, wie die Druck Reaktionskammer überhaupt funktioniert, und dann sage ich auch hier wieder mal, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da, wenn nicht, dann nicht, und bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss.